hier geht es nicht weiter wir müssen die erlangen ich sehe einfach fast gar nichts eine aufnahme der teller genau im richtigen moment wir machen die taschenlampe aussehen soll ja unsere taschenlampe ist leer ich war gar nicht auf der zuschlag ich sehe doch es ist so fucking dunkel hier aber ich habe größt gefunden hier das sind kisten ja ja im leben habe ich auch gerade gesehen entschuldige schlangen abzeichen wir müssen ja hier politisch gerückt bleiben oder so ich sehe fast gar nichts warum zug ich kann die entfernung der auch mein gott sie kommen zu ich mach mal was licht hat gar nicht so was daneben da ist einer ich muss mich zurück das war ja ein helles licht ich sehe meine ich bin tot übrigens und da kommt sogar noch ein sticker boden ich glaube ich sollte war auf einer seite ja hier würde sagen aber ein bisschen ich versuche die ganze zeit nachzuladen ich kann ich dreht sie mir einfach den rücken zu ich habe nur einen tic tac ich habe auch nur noch ein tic tac muss ich gleich fressen ungefähr mein schott gewendet ist irgendwie viel zu lang ich kann nur dreimal schießen muss direkt nachladen da immer ewig ein anderes egal ich nehme das letzte tic tac aber warte moment ich kann noch kombinieren kombinieren damit da habe ich noch drei tic tacs ich habe ein kraut noch und das packe ich jetzt nicht da was unbedingt noch ein grünes kraut oder wenn möglich sogar ein rotes ja ja zog 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 ich höre ich höre irgendwo ein zombie weil ich bin auf der anderen seite ich weiß nicht ob wir uns wiederbeleben können wir mal keine tic tacs haben doch ich konnte dich ja auch mit tic tac wiederbeleben naja da konnte auswählen ok ja lassen sie mich hier nicht zurück ich habe da sollten wir ja so machen immer welche haben weil er sich wieder am leben war hatte ich irgendwie musste ich mich selber ein und konnte dann ja nichts machen ja was ich gebe dir und mit dir ich habe nur noch ein bisschen hp ich kann nichts tun so kann ich darauf reagieren so ich weiß ja lebt auch noch und kraut eine sekunde muss man kurz kombinieren nein nicht kombinieren damit hallo ja ich mache nach geht sie wieder besser ja alles in ordnung da drin ich schieße auf all die leichen die ich hier sehe damit die nicht irgendwie doch irgendwie auf die idee kommen hier auf zu wollen hier wieder aufzustehen warte mal was ich irgendwo die tür auf mann will ich ja du bist für mich die tue aufmachen weil jetzt so eine tür irgendwie so in der ich interagieren kann zusammen mit dir aber du bist ja nicht hier ja musst du mich die tür aufmachen so ja ich konnte mir gar nicht darauf reagieren ach was die lehre die sitzen hier hier alle ja alle haben wir sind wahrscheinlich alle schwarz gefahren ja wie sie auf den einen der mich angriffen naja aber der wollte gerade sind ticket bezahlen aber kam nicht mehr dazu steht aber auf die leiche stehen keine ahnung ok jetzt kannst du die tür auf mann ok naja genau deswegen schieße ich auf die ich habe keine ahnung worauf ich schieße weil ich einfach nicht sehen kann kann und dann muss mich heilen jetzt habe ich mich gehalten aber super also krise doch ein bisschen heilung wenn du in meiner nähe bist ich habe jetzt auch nur ein grünes kraut ich mache mir noch ein zweites ja gut sehr gut hetzen sie mich nicht da ist auch im leben pass auf passiert nichts entschuldigen sie hier 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 lang manchmal explodieren die klöpfe die köpfe mit einem schuss manchmal nicht doppelkick ich habe ich habe grüßes kraut kombinieren behälter wenn wir es außerhalb von kämpfen ein dann sollten wir uns in der nähe am besten heilen mit der andere ich habe nur ein tic tac und ein kraut ich habe auch nur noch ein tic tac und kein kraut genauso wie die tatsache ich habe drei kinder und kein geld warum kann ich nicht keine kinder haben und drei geld mehr ach so wenn ich hier wenn ich aber auch auf den rechten stick drücke kann kann ich einfach die perspektive von mir ändern dann weil kann ich nicht einfach hier so von links nach rechts und zack und zack und zack und zack und zack und zack machen fernz und baller sprengstoff ganz viel cool aber ich kann einfach mal drehen und die waffen zu wechseln ich habe die ganze zeit gehe auf meiner tastatur ich habe so ein paar fernzern kann ich auch mal benutzen mich da wisst ihr wie funktionieren ich weiß gar nicht wie ich die nutzen kann kann ich nämlich nur wegwerfen ich kann es machen mit ich kann zwar machen mit dem steuerkreuz alles war keine es klar ich komme raus nein nein nicht aufmachen oh mein gott bist du blöd da war vielleicht scheiße ich habe ich schreibe ein bisschen so herum aber ich glaube ich habe gerade das sind aktiviert ja ich habe auch ein plan hier deswegen oder ich habe ein platziert das schreibt mir nach einer granate heute sehe ich da ich sehe gerade schießt mir war davon aber da kommen wir doch nicht zu wartet hier nimmt ein paar tic tacs ja nur pfeffer mit geschmack ich weiß es ist eklig irgendeiner schießt die ganze zeit auf uns auf dem platz ein sterben 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 ha 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 stimmt stirbt 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 aller aller das aber kann ich auch noch sterben ich durfte fünf mal ziehen auf den sterben nicht ich hätte jetzt die volle die ganze zeit hier auf dem koch ich glaube wir sollten einfach gehen zwei zwei sind teilweise schon welche zu viel ist tot in salz oder macht als die geschossen hinter das näher kräuter irgendwas pt die ganze zeit ich glaube dass mein hier das meinen dinge mehr ich habe keine erst hilfe spray aber ich habe eine brandgranate also macht man dann okay ich habe gedacht ich werfe die dinge ich wollte nicht auf den boden ja ich habe die nämlich da da bin ich da ich habe gesehen hat die auf und zugekommen sind dann wollte ich auf die werfen dann habe ich die einfach vor mir platziert weil ich gerade gewacht habe ich habe ich habe ich habe gerade gerade der bein weg geschossen dann habe ich ihn bin im kopf getreten das müssen wir so machen können sie mich nicht mehr so viel machen naja ja ich habe zwei grüne kräuter aber ja ich hoffe ich finde immer so ein rot so das müssen durch diesen teil der stadt um zur kathedrale zu kommen bleiben sie auch haben wir haben probleme da ist er hingefallen haben wir schon gedacht auf den tank kann man schießen ich habe ein grüß kraut und zweites ich versuchte hier zu treffen ja ich auch was was hier sagt da so werde kommen jetzt ja wenn man allerdings platziert jetzt kommen sie wahrscheinlich nicht ja jetzt kommt natürlich niemand ist klar aber ich habe nahm nehmen ganz hinten angeschossen ich glaube der ist tot das ist ganz schnell kombiniert kombiniert in den behälter das ist so ähnlich wie in resonem 4 oder so mit den kräutern ja nee du kannst du kannst halt die kräuter kombinieren hast also auch so eine mischung also auch so wie in fünften teil mehr oder weniger ja ich habe gedacht vielleicht ist irgendwie so eine anlehnung an ehren teil irgendwie so was wie hat hier funktioniert man scheint nicht nein du solltest resident evil 4 spielen aber ich habe mich geschlagen die folge backhanded aber da liegt noch jemand eine lagenzeiter wir helfen wir schon wo ich ja irgendwo zum bist durch ich helfe da bringen sie nicht irgendwelche knüpfen war alter wir sind die leute ja ich traue euch kaputt und grüß kraut man da ich komme ein fernsteller von hinten noch aktivieren ich habe mich hat ein fernsteller aktiviert bei dir die da lieber weg ich habe einen erwischt ja meine branche hat auch nicht gemacht ja meine branche hatte auch nicht ok gehen wir weiter wo ist eine maschine wäre ich will jemanden mit maschinen ich gehe mal da oben ich auch ich hatte wir mal ein fernsteller wenn ich da hinten passiert hat hat mir nicht an weil ich will so gerne eine granat reinwerfen ich auch hast du gesehen ich habe mir über die beide wicke zu fehler auf dem kopf der kopf ist geplatzt wir haben uns nicht gesehen wir können sie die 2.0 irgendwie schon ich habe weiß ich ich habe ich habe aber nicht aber nicht licht ausgemacht gut ist wenn man jedes mal hier verrecken lang ja okay bereits jetzt ja ich bleib mal hier so bekannt vor alter der schießt mit maschinengewehr auf weg hat er hat maschinen gewährt bei einer panzer und so kann man entschießen ich sehe nichts war ich habe ich trage den noch mehr meine motion gibt es gerade ein bisschen bergab sich gerade ich habe noch 33 schuss gelang ich gebe das die achse steigt mit ich würde ja hätten wir die ganzen probleme ja nicht nicht aber nein dass das will eher sinnvoll perfekt mein schuss und so viel kann ich nur ein bär schrubmann ich bin jetzt mein schrub wenn ich das ein bisschen kacke ich glaube man damit um so für muni ab wenigstens das schießt einer von unten den schraubmann ich bin muss er ich werde mich die ganze krow geschaffen das gefall der rotes grau getroppt oh mein gott aber wir auch gar nichts ich kann mich heilen kombinieren mit dem roten abhört damit als tic tacs jetzt habe ich sieben und zwar ich habe mich jetzt nicht geil jetzt habe ich noch mal jetzt bin ich fünf dinge ab weil so geht es ja jetzt weiter nach hier oben nach hier hoch ich dachte wir müssen da habe ich auch solche zugänglichen schaffte zu gewährten tun wir das werden dann gehen wir wohl da lang elena synchron aufmachen ich habe gesagt wir müssen uns beeilen hier ist ein billiertisch wollen wir noch eine billiert spielen ja ich stoß an verdammt die eine tue ich auch noch ein und da hier auch die bar sie ist geschlossen eingelogt eingelogt ja alle drei es ist natürlich mal wieder niemand man denken hier nicht ans arbeiten hier aber moni ist ja ich habe nur ein paar fähigkeitspunkte bekommen egal er ist langsam noch ja er lebt noch ja er lebt noch stimmt doch gar nicht der lebt noch gar nicht mehr ich will diese waffe haben ich bin dahin ich komme doch nicht hin dafür ging die haben beide auch ich bin mir nicht sicher die behörden gehen mit äußerster vorsicht vor da die tatsächlichen umstände doch wohl geklärt sind ich finde gerade an diese show zu mögen wir sind jetzt ganz schlimmer so verantwortlich ich weiß es nicht natürlich er hat ihn ich ja ich habe ihn ich habe mich schon vorbereitet habe ich ich brauche drei schüsse um den zu erledigen mit dem schrothgewehr wo glaube ich hin glaube ich in die richtige richtung also ich mache mit deinem schlüssel die tür auf was denn jetzt hören sie auch damit ich habe sie jetzt auch cool aber die woche andere munition als online und ich habe mich schon für die andere schon ja keine sorge wir hätten sie ja wir helfen ihnen warten sie noch einen moment er will auch nicht darf wir laufen kurz rum ja nein 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 das ist das ich würde es ja mal ja ein sprengsatz es geht mal weg und ich weiß nicht ob ich irgendwann getötet habe keine ahnung ich habe es nicht gemerkt aber es hat der boss gerade ich habe ihn gerade gerade zu tode gekloppt ok ok hier sind eine menge sachen haben liegen also ich nehme an ich habe die alle getötet da ist der dicke der dicke dicke Ich habe ihn ich habe ihn Oh, hi now!